Oh, Kevin und die Gang Oh, es wird schlecht, es wird schlecht, Freunde Ich mach alles hier kaputt, ich mach alles hier kaputt, ich mach alles hier kaputt Egal ob ihr's wollt, egal ob ihr bezahlt, jetzt wird es brutal, denn ich habe keine Wahl Ich mach alles hier kaputt, ich mach alles hier kaputt, ich mach alles hier kaputt Bro, das sind ja noch richtig, das sind ja richtig alte Videos, 2016 einfach Das ist voll brutal, aber auch traurig, ja Richtig geil Hä? Hä? Nils? 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 Ey komm, man merkt, dass irgendwas ist Wie lange kennen wir uns? Acht Jahre Du konntest mir alles haben Ich hab doch so oft geschwänzt, Mann Ach das meinst du? Ja Und deine Eltern haben uns herausgefunden Ja, also mein Lehrer, und du hab dich heute angerufen Scheiße, Mann Ja Ja Aber egal, ich hab's für den Hast recht Hast recht Hast recht Du hast eine Freundin Ja Wer ist denn jetzt das, ja? Jimmy Woher kennst du dich, ja? Aus dem Internet Woher kennst du dich, ja? Weißt du das, ja? Kennen die Leute, die immer so ja am Ende sagen? Weißt du das, ja? Kennst du dich, ja? Ja Ich fähne jetzt mal so Aalen Kommt aus Aalen und nicht aus München Okay, okay Freitag, 3. September, 20 Uhr Denn ich habe keine Wahl Ja, okay Ich mach alles hier kaputt 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 Egal ob ich's wollt Egal ob ihr bezahlt Jetzt wird es brutal Denn ich habe keine Wahl Ich mach alles hier kaputt Top Kino Wen hast du denn da mitgebracht? Hey Alex, das ist Jenny, meine neue Freundin Wir sind seit vorgestern zusammen Uh, ganz frisch zusammen also Hallo Jenny Hallo Ich bin Alex, der Jugendzentrumleiter hier Und ich finde ich total cool, dass du sie hier zum Kinoabend mitbringst Direkt Ja Dann wünsche ich euch Viel Spaß Bei dem Film Dann haben wir Film Der Nils, der wartet übrigens schon Und wir sehen uns gleich Okay Ich weg eben noch zu Ende Okay Bis gleich Was ist das für ein Kino, Bruder? Sag mal Was ist das für ein Kino, Bro? Yeah, okay Das ist Jenny, meine Freundin Ach so, Bro, der hat mir ganz viel über dich erzählt Der hat schon lange mich verknallt, ja Ja Der hat mir nicht gesagt, dass du so hübsch bist, ja Ehrlich, Respekt, Bruder Oh mein Gott Respekt, Bruder Oh mein Gott, wie unangenehm Imagine du würdest das einfach sagen Der hat mir nicht gesagt, dass Boah, wie unangenehm, Bro What the fuck Stell dir mal vor So und dann Digga Respekt, Bruder Ja Tschüss, ne Tschüss Ciao 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 Komm nach Hause Ja, du auch, Bruder Halb Monate später Samstag, 4. Oktober 14 Uhr bei Jenny Schwimmen? Ach Jenny, wo ist denn dein Problem? Dann siehst du ihn halbnackt, er sieht dich halbnackt Also, ich find besser kanns gar nicht laufen Ich hab aber nur Buddies Ja, dann Was? Kanns gar nicht laufen Ich hab aber nur Buddies Ja, dann, guck mal Buddies? Hä? Warte mal, ich hab hier vorhin was gesehen Kauft ihr doch den hier Ja, der kostet 300 Dollar, aber hast keine Ahnung Kein Bikini, ein Schwimmanzug Achso, das sind Bodys So Baby Bodys, meint ihr, ne? Ach ja, stimmt ja Ähm Ich könnte dir auch welche leihen Also, ich hab schon voll tolle, das weißt du doch Hä, Donner? Ja Leute, das spielt in den USA, das wird nochmal mit deutschen Stimmen nachsynchronisiert Ich meine, so geknutscht habt ihr ja auch schon Also, vielleicht läuft da ja auch noch mehr Ja, klar Du musst mir unbedingt alles erzählen Krass gesinkt, find ich auch 300 Dollar Digga Joooo Ey Jungs Kannst man weitergehen jetzt? Wir haben noch gesehen, dass sie sich lieben. Ist doch schön, ist doch super. Vertraust du mir? Nein. Auf immer und ewig. Was auch passiert. Ich liebe dich. Ich liebe dich auch. Ich habe Gänsehaut, Jungs. Gänsehaut ist so eine kranke Love-Story. Das ist immer so ein Plot-Twist. Es gibt immer einen, der richtig rein scheißen muss. Hey, du hässliche Penner. Klaus, du hässliche Penner. Komm rüber. Komm rüber zu uns chillen. Hey, was ist das denn für ein Dröckel? Ach, das Bende ist mein Bruder. Kevin Klaus Gerrit, dein Bruder redet mit dir. Ach, halt deine Mauer, begeh. Kevin Klaus Gerrit, dein Bruder redet mit dir. Ich weiß. Ach so, Klaus ist dein zweitner. Ja, aber bitte, das ist keinem. Das riecht peinlich. Das ist doch gar nicht peinlich. Finde ich schon. Aber ich erzähl schon, keinem, keine Sorge. Jetzt lass uns schwimmen gehen. Okay. Familienoase. Montag, 6. Oktober, 16 Uhr nach der Schule. Boah, Bruder, die habe ich auch richtig lang nicht mehr gegessen, ne? Die habe ich immer so gekauft, wenn wir was in die Schule mitbringen mussten, so Kuchen oder so. Jeder hat so richtig Babakuchen mitgebracht und ich war immer der, der diese Zitronendinger hier mitgenommen hat. Windows XP, Leute. King. Hä? Was das denn? Ich liebe dich, mein süß war Klaus. Ey. Jenny, groß. Das ist doch voll süß. Ist ja cute so, weißt du? Ist ja cute. Aber was geht hier unten raus? Klaus. Ha, ha, ha. Opfer. So was schreibt man? Die Leine ist die Dorn? Ey. Fuck, das war doch geheimnis. Klaus Garit. Was für ein Knechtname. Vor allem Hauptsache, hier blenden die alles aus. Aber hier, die ganzen Namen stehen einfach an. Klaus, ha, ha. Opfer. Klaus, du keinen Namen. Hä, warte mal. Inscope? Ist das Marcel Scope hier? Ist das ApoRed hier, Bro? Warte, was? Benutzt die noch Facebook? Also heutzutage noch? Ich glaube nicht, ne? Nein. Klaus Stein. Nein. Ey, das kann doch nicht wahr sein. Ey, fuck. Das kann doch nicht. Warte, geil. Ist die behindert? Was? Kannst du dich einfach so posten? Ey, fuck. Ich will die doch, ich kann so eine Scheiße bringen, ey. Fuck, ich kann das nicht machen. Okay, Bro, schnappab vom Hund an. Doch behindert. Oh no. Die wird jetzt voll Ärger bekommen, Leute. Was? Das war noch mal an.